In Rollwitz bei Pasewalk entsteht gerade ein Gemeindehaus der besonderen Art. Nach dem Verkauf des seit 2003 leerstehenden Pfarrhauses mussten neue Räumlichkeiten her. Das neue Gebäude der örtlichen Kirchengemeinde wird 15 Meter lang, 8 Meter breit und bekommt die symbolische Form eines Schiffs. Ein Architekt aus Berlin hat in seinem Entwurf nur Holz und Glas für die Fassade vorgesehen. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von 250.000 Euro. Da Pastorin Ulrike Bohl keine Fördermittel für den Neubau akquirieren konnte, hofft sie auf ein paar Spenden aus der Bevölkerung.